Krösensi Kavasi ist trotz Schwangerschaft weiterhin für GZSZ vor der Kamera und muss fleißig Texte lernen. Warum ihr das jetzt so schwer fällt, erklärt die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story. Gute Zeiten, schlechte Zeiten Star Krösensi Kavasi, 34, und Ehemann Tom Beck, 45, werden zum zweiten Mal Eltern. Das gab das Paar in einem gemeinsamen Instagram-Post Mitte Oktober bekannt. Die Schauspielerin steht aber in ihrer Rolle der Laura zumindest noch bis Anfang 2024 vor der Kamera. Das Textlernen fällt ihr aber zunehmend schwerer, wie Krösensi nun verrät. Krösensi Kavasi über ihre zweite Schwangerschaft. Alles fängt von vorne an. Bereits seit acht Jahren sind der GZSZ-Star und Schauspieler Tom Beck, unter anderem bekannt aus, Alarm für Cobra 11, ein Paar. Im November 2019 kam ihr erstes Kind, ein Sohn, auf die Welt. Bei der Verkündung der Baby-News, schrieb Krösensi, unser Herz springt vor Freude. Und obwohl es das zweite Kind ist, fühlt es sich für die Schauspielerin ganz neu an. Es ist ja nicht mein erstes Mal, dass ich Mama werde. Aber es fühlt sich wieder so an, und alles fängt von vorne an. Und es ist irgendwie auch alles anders. Aber es ist total schön. Was wirklich schwierig ist. Krösensi Kavasi leidet unter Schwangerschaftsdemenz. Vor der Babypause heißt es für die gebürtige Wolfsbüttlerin noch kräftig Texte für ihre Rolle lernen. Doch das entpuppt sich langsam als Problem. Ich versuche einfach, meinen Text zu lernen, was wirklich schwierig ist. Denn bei mir schon die Schwangerschaftsdemenz anfängt, gesteht Krösensi Kavasi schon vor einigen Tagen auf Instagram. GZSZ-Star-Krösensi Kavasi. Mein Leben gerät komplett aus den Fugen. Jetzt meldete sich die Schauspielern auf Instagram erneut zu Wort. Mein Leben ist gerade wild, witzelt die 34-Jährige in ihrer Story. Ich habe die krasseste Schwangerschaftsdemenz, die es gibt. Sie könne sich keinen Text merken und bringe alles durcheinander. Mein Leben gerät komplett aus den Fugeln, erklärt die Laura-Darstellerin weiter. Aber sie nimmt die ganze Situation mit Humor. Ich bin der deutschen Sprache einfach nicht mehr mächtig. Sorry, aber da müssen wir alle durch, scherzt Kavasi. Fans sollen sie also nicht wundern, falls ihre Aussagen manchmal keinen Sinn ergeben. Dann werden sie ja auch schon über den Fugenlnellen wiederholfen. Sie können das zu den Fugenlruck sein. Dann müssen sie sich nicht mehr thrill!" Ich bedanke mich.